Österreichs renommierter Hersteller von Elektro-Zweirädern, die Firma EO Scooter aus dem niederösterreichischen Brunnamgebirge, weitet die Produktpalette aus. Mit dem Einstieg in den Bereich der E-Fahrräder offeriert EO ein sehr interessantes Modell. Das E-Fahrrad selber ist inzwischen schon praktisch ein Normalgut, also das ist jetzt nicht mehr was Spezielles. Das gibt es lang genug, das hat sich durchaus bewährt. Auch da Qualität zählt, also es ist das günstige, jetzt nicht mehr das billige. Was wir hier zum Beispiel als neues Produkt haben, ist unser Scooby zum Beispiel. Das Scooby ist ein Mittelding zwischen Fahrrad und Scooter, deswegen heißt es auch Scooby, weil Scooby heißt Scooter-Picycle. Damit im Namen ist im Prinzip auch schon die Idee geboren, was fehlt mir am Komfort bei einem Fahrrad. Mir fehlt ein Spritschutz, mir fehlt ein breiter, gemütlicher Sattel, mir fehlt ein gutes Licht, mir fehlt eine Bremsanzeige, also das ist ein Bremslicht, was nicht ganz ungefährlich beim Fahrrad in Wirklichkeit ist. Mir fehlt vielleicht ein Tacho, dass ich auch weiß, wie weit ich fahre oder auch wie schnell ich fahre. Und ich habe gesagt, das machen wir alles. Wir verbauen auch einen Spritschutz, wir verbauen LED-Lichter, die wirklich hell sind, weil ich fahre ja auch mit einem Fahrrad am Abend heim. Und da ist auch meine persönliche Sicherheit gefragt, also nicht nur die, dass ich sehe, sondern auch, dass ich gesehen werde. Und das haben wir mit dem Scooby verwirklicht, dass wir sagen, wir sind immer noch Fahrrad, das heißt fahrbar ab zwölf Jahren ohne Führerschein, ohne Helm. Ich darf jeden Fahrradweg benutzen, beziehungsweise ich muss ihn benutzen, fahre ich auf einer parallelen Strecke, darf aber natürlich, wenn dort kein Fahrradweg ist, auch die normalen Straßen benutzen, mit Ausnahme Schnellstraßen, Autobahnen. Und habe den Komfort aber von einem ganz normalen E-Scooter. Der Scooby schafft bis zu 40 Kilometer Reichweite und kostet ab 1650 Euro.